Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Wo waren wir denn stehen ge... ...bleben? Waren wir hier schon? Was ist denn... Ah, ist ja cool, wir haben neue Papagei. Mal schauen. Und hier müssen wir wieder höllisch aufpassen, wie es ausschaut. War das alles? Nein! Also eigentlich... ...wollte ich das gerne nochmal machen. Ich weiß, dass N hätten wir uns bezahlen können, aber... Mist! Und tschüss! So, ähm, eigentlich, ne? Ne, komm, das brauchen wir jetzt nicht. Ah, wir müssen ja noch, äh... Wo waren das nochmal? Pick-State, ne? Ja, das muss ich immer machen. Von dem Spiel... ...denn sonst... ...können wir nicht speichern. Ich weiß, ist doof, aber... ...es geht leider nicht anders. Und... Oh nein! Hä, wie funktioniert denn das? Ach, wir können den gar nicht anhalten. Das ist ja doof. Wir müssen rechtzeitig ausweichen. Ah, ich dachte jetzt, wir können da jetzt schön lässig, ne, so. Was war denn das jetzt? Ups, nein, 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 ja. Ja, gut, die Bananen können wir vergessen. Ah, das hat doch nur ein paar Wacken berührt. Mensch, in China. Ja. Machen wir eben jetzt mal ganz langsam. Ja, so. Ja, schön. Ich solle vielleicht mal ein Safe machen zwischendrin. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig im Moment. Nein, nein, nein. Alter. Na komm, ist egal, jetzt. Jo. Wieso bin ich eigentlich so schweigsam heute? Ja, ich habe gestern vergessen. Muss ich mich noch entschuldigen? Ah, zu spät. Ich habe gestern vergessen, aufzunehmen. Besser gesagt, ich hatte keine Zeiten mehr. Ich wollte es ja ehrlich noch machen, aber irgendwie... ...habe ich es dann nicht mehr geschafft. Und das war natürlich ärgerlich. Deswegen werde ich heute für... Uah. Wahrscheinlich ein bisschen mehr aufnehmen, Donkey Kong, weil ich möchte das Spiel ja noch durchbekommen. Ah, sehr schön. Weil ich mir ja am Montag was Neues hole, was das hier werden wird, weiß ich auch noch nicht so genau, ob das jetzt eher was Lustiges wird oder vielleicht Action wieder mal. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Hatten wir echt schon länger nicht mehr. Man weiß es nicht, was es werden wird. Aber lasst euch da mal schön überraschen. Schon wieder so ein... Los, 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 los. Hoch, hoch, hoch. Nein. Ach, scheißen. Dreck. Entschuldigung, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. So, jetzt können wir ja wieder... Nein. Nein. Nicht. Ja. Nein. 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 Ja. Ja. Los, los, los doch. Nein, zu spät. Nein. Na komm, die Münzen hier. Alter, ist normal. Was ist denn das hier? Los. Nein. Ach, ist egal. Komm. Und jetzt habe ich die Tasten wieder. So, jetzt können wir auch speichern. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, was ich... habe ich jetzt hoffentlich beide erwischt. Ja. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, was ich weiß, 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 was ich weiß. Jetzt haben wir... Sagen wir mal, wie viele von den... Wie viele von den Wesken gibt es hier eigentlich? Ja. Ja, links und rechts. Jetzt geht es eigentlich noch schwieriger und ich sollte lieber ruhig sein, weil sonst sind wir mit dem Spiel in tausend Jahren nicht durch. Ja, genau. Ach du heiliger. Oh. Könnte sich eventuell das Problem herausstellen, wenn ich das Spiel verarsche. Ah, Mist. Ey, das ist so schwierig zu koordinieren damit. Man sollte vielleicht öfters zwischenspeichern. Wäre eine Idee. Das könnt ihr euch natürlich auch auf die Nerven geben, wenn ich ständig zwischenspeicher. Das ist aber auch zu eurem Wohl. Ja, okay. Wie man sieht, es ist auch zu eurem Wohl. Erst hier, sehr schön, sehr schön. Ja, hier rein. Jetzt in die Mitte. Und durch. Halten und durch. Durch, 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 durch. Durch, 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 durch. Und durch. Perfekter Zeitpunkt, um zu speichern. Das sage ich öfters, ich weiß. Oh. Gibt es auch Leben? Ja. Mist, das war die Bananen. Ach, Mist. Mensch. Und der Nächste. Ich probiere es mal. Oh, dann haben wir beide platt gemacht. Das ist natürlich jetzt doof. Ich glaube, der ist der Nächste. Ah, die Musik. Sehr schön. Und der Nächste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.